Eigentlich ist Pierre der Mann meines Lebens, aber in unserer Familie lag auf der ersten Ehe schon immer ein Flug. Willst du mir etwa erzählen, dass du in diesen Quatsch glaubst? Nein, 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 nein. Trotzdem bin ich froh, der Zweite zu sein. Damit ich ihn doch heiraten kann, schmiedeten meine Schwester und ich einen Plan. Du kommst erst zurück, wenn du verheiratet warst und geschieden bist. Schnapp dir den ersten Idioten, den du finden kannst und ab geht's. Ich hab gerade mit meinem Freund Schluss gemacht. Die gute Nachricht ist also, ich bin wieder allein? Jedenfalls besser allein als in schlechter Gesellschaft. Oh nein. Jetzt haben sie mich verunsichert. Jean-Yves, gucken Sie mal. Und? Ich meine, ja, ich... Alles hier. Und wie... Ist dir schon klar, was wir hier machen? Ja. Wahnsinn, du hast es gemacht? So, jetzt hab ich aber richtig Appetit. Ich sterbe vor Hunger. Ich überlasse dir das Ziehen. Nein, 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 nein. Kein Shishi zwischen uns. Der spinnt. Das ist ja nur eine große Schwuse, Katze. Verstehst du? Danke. Du hattest versprochen, mir Zeit zu geben, um es ihm zu sagen. Ich hab nachgedacht. Ich werde es... Ist noch Zeit, Mann. Oh, ist das alt? Oh, 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 oh. Alles klar? Mhm. Super. Oh mein Gott. Brauchen Sie noch einen neuen Termin, Monsieur Bertier? Wiedersehen. Wiedersehen. Ich benehme mich wie das schlimmste Miststück. Und er guckt mich nur an mit seinen Labrador-Augen. Wie ich glauben konnte, dass sich eine Frau wie Sie für einen Typen wie mich interessiert? Das war dämlich von mir. Du warst zur falschen Zeit am falschen Ort. Das ist der Hochzeitsstress. Das ist normal. Alles wird gut. Ich wusste, dass er hier rauskommt. Warum sagst du mir das nicht? Ich hab doch so gemacht. Aber das bedeutet Laufen. Laufen ist das. Nein, das heißt aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. Du sahst so glücklich aus, als du losgelaufen bist. Der gehört mir, der gehört mir. Haben wir jetzt noch andere Komiker zu erwarten?